Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ja, das Jahr neigt sich langsam dem Ende und deshalb gibt es natürlich, ja, ganz traditionell wieder hier eine kleine Abstimmung für euer Top-Projekt, was dieses Jahr von mir erschienen ist. Ja, ich habe ja schon mal das Formular vorbereitet, da sind halt alle Projekte aufgelistet. Was man vielleicht sagen sollte, es sind zwei so gesehen nicht dabei und zwar einmal habe ich ja noch ein paar von Void Wars nachgeliefert, das war halt auch der letzte 100%-Part, der eigentlich zum Let's Play letztes Jahr gehört hat. Ja, deswegen ist das jetzt nicht dabei. Genauso habe ich jetzt Beat the Beat nicht aufgelistet, weil das im Grunde ja nur eine Folge war, die halt so zusammengeschnibbelt war. Ja, vielleicht liste ich es noch auf, aber es ist halt kein richtiges Projekt, es war eher halt ein Video so. Naja, genau, aber sonst ist alles dabei, alle Projekte aufgelistet und genau, stimmt einfach kurz ab. Die Auswertung gibt es danach wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Ich mache wahrscheinlich so einen Silvester-Talk oder sowas, genau. Aber sonst, genau, ich freue mich, wenn ihr euch kurz Zeit nehmt und teilnehmt. Ihr könnt eure Antwort auch nochmal ändern, ja, also ihr könnt, wenn ihr jetzt denkt, oh, das war jetzt noch nicht mein Lieblingsprojekt, das Ganze nochmal ändern, genau, das ist kein Problem. Ja, also gerne kurz abstimmen und dann, ja, sehen wir uns nächstes Jahr wieder oder vielleicht nochmal dieses Jahr. Mal schauen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.